Heute mal aus der Denkerscheune oder der Beobachterscheune, die ganz isoliert auf einem großen Feld steht und von keinem mehr genutzt wird, außer von den Ameisen hier, in Fledermäusen, manchen Vögeln und einer Schlange. Ja, ich habe eben meinen Gedanken aufgeschnappt, der sich eben verbunden hat mit einem anderen. Wir leben in einer Zeit, wo so ein bisschen die Tendenz manchmal zu sein scheint, dass man sagen könnte, was furchtbar ist, allein ist wahr. Denn mit den ganzen Enthüllungen, die im Moment stattfinden, mit dieser apokalyptischen Zeit, wo jeden Tag neue, schlimme Sachen herauskommen, hat man den Eindruck, dass das die Wahrheit ist, dass das Schreckliche, das Schlimme die Wahrheit ist. Und sie ist sicher ein Teil davon. Aber dieser Gedanke verknüpfte sich mit diesem Goethe-Zitat, was mich schon seit einiger Zeit begleitet und mir in manchen schwierigen Situationen auch immer wieder Orientierung geboten hat. Der hat ja gesagt, was fruchtbar ist, allein ist wahr. Ja, also nur das, was wirklich fruchtbar ist, ist in Wirklichkeit wahr, hat in Wirklichkeit bestand. Und ja, das muss man sich, glaube ich, in dieser Zeit ab und zu mal wieder sagen. Und man kann dieses Bibelzitat von Jesus dazu nehmen, der gesagt hat, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist auch so eine Formel, die die Zeit überdauert hat, die absolut hilfreich ist, um eben die aktuell komplexe Weltenlage zu verstehen, zu durchdringen. Dass man nicht das viele Blabla anhört, sondern dass man schaut, Was zeitigt das für Früchte? Was bringt das im Endeffekt unterm Strich hervor für uns oder gegen uns? Also an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist, glaube ich, ein ganz hilfreicher Satz. Und wie gesagt, was fruchtbar ist, allein ist wahr. Und in diesem Sinne grüße ich dich hier aus der Scheune und winke mit dieser einsamen Brombeere, die hier wächst und vielleicht bald ihre Früchte zeigen wird. Und wie gesagt, was das ist, glaube ich, ein ganz hilfreicher Satz.